Oh, sogar mit Flammenwerfer. Das ist schön. Jetzt schau ich mir lieber mal von der Seite an. Dass wir uns hier nicht in den Schwanz verblenden. Was? Oh, ach, die gehen so, dass er behindert. Oh, soll ich hier nichts sehen? So, sehr gut. Und wir können runterhoppen. Ja, die fühlt sich einsam. Ja, die fühlt sich einsam. Ruhe da. Dex, Balk. Und schon wieder Dexter. Was ist los, Mensch? Die hat ja ganz viele Aufgaben hier. Und immer klettern. Immer klettern. Genau. Okay, save. Und da geht's dann wieder los. Okay. Was ist denn die Route von denen? Wie lange braucht er? Ist da? Okay. Müsste ich machen. So. Okay, okay. Schnell, 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 schnell. Jo, save. Huge. Oh, da ist ein Auto. Hab ich ein Auto gesehen. So, wo ist Jack? Wo ist Jack? Steht doch da, oder? Ah, da steht er. Erstmal schön an der Wand glitschen. Ganz geh doch. Na, kam doch wieder was von hinten. Okay. Und hoch. Wo soll ich einen Muni holen? Und... Oh, ja, ja. Schön. So, was haben wir hier? Hm. Janisch. Ah, dann hab ich ein Auto gesehen, natürlich hin. Hm. Sackgasse, ne? Kann eigentlich nur der Weg sein, oder? Hier unter. Naja. Na, was soll ich machen? Baaah! Ne. Was soll ich machen? Hier gibt's ja nix. Okay, ging's doch anders lang. Mensch, das ist doch ein Auto. Hab ich nicht einfach das genommen? Schein muss ja damit auch noch durchrasseln. So. Geile Karre. Ich lass es mal rollen. Aber da fahre ich drüber. Jetzt stürzt das Ding an mich ab. Hallo. So. Ob wir es noch brauchen, werden wir sehen. Boah, sei hier fast runtergefallen. Und dann muss noch mal ein Dexter rein. Oder? Oh, nicht sogar. Wahnsinn. Boah, ich dachte schon. Alter. Wackt's voll. Nein, nimm mich mit. Lass mich nicht alleine. Hab mich jetzt interessiert, wo es rechts langen gegangen wäre. So, ein bisschen joggen. So, 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 so. Und... Ah! So. Monimäßig schaut sich nicht arg so frisch aus. Das ist nicht arg so dufte, ne? Wie es gerade ausschaut. Aber hier ist noch nirgends um Munition. Das ist mir gerade aufgefallen. Aber vielleicht... Vielleicht wäre ja rechts Munition gewesen. Ah, scheiße. Habe ich aber gucken sollen. So. Sagen wir mal, ist das jetzt hier verarsche oder geht's hier wirklich nicht lang? Erst noch ein bisschen Bord fahren. Ich glaube, ich jetzt echt nicht lang. Haha, geil. Oh. Ja, genau. Ich darf wieder anfangen. Lass mich in Ruhe. Alles über den Haufen fahren. So. Safe. So, noch ein bisschen Muni. Cool. Ich glaube, hier wäre einfach der richtige Weg gewesen. Okay. Hä? Oder waren wir hier? Hä? Lol. Ich glaube, das Ding hat uns einfach nur... Hä? Was? Alter. Aber wo soll es dann lang gehen? Aber da, wo wir waren, ging es dann nicht lang. So, einfach mal mit dem Auto reinbrettern, ja? Yeah, das kann sogar springen. Ah, vielleicht da rein. Durchblättern. Fresse. Okay. Okay, nochmal mal anlauf. Ups, entschuldige. Ich müsste, äh, äh, weiter. Oh, fuck. Alter, machen die damage, ey. Entschuldigung. Oh, what the fuck. Wie Parasiten hier, ey. Halt. War doch irgendwo diese, ach, diese Roboter. Da waren sie. Fuck, jetzt komme ich nicht hoch hier. Nein. Selbst watch. Hallo, Haven City. Okay. So. Also, einfach mal mit dem Auto weiter dampfen. Nein, 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 nein! Da habe ich so nicht dran gedacht, ey. Ohne Witz. Ach, komm. So, entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. Mach's hier durch, mach's hier durch. Jetzt springen wir mal. Äh, ups, entschuldigung. Halt ich nicht. So, 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 so. Fuck. Das gibt's doch nichts. Ach, komm. Das ist doch scheiße, das ist doch scheiße, das. Das hört mir jetzt echt auf. Ach, komm wir ja nicht mal durch, oder was? Wow, wow. Ach, knappe Sache, Alter. Alter, wie das Rumbug der Scheiß hier. Wo muss ich hin? Ja, da dann. Hä? Da waren wir doch dran, nur weil das Auto gerade kaputt gegangen ist. Nee. Das ist nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Also, manchmal ist das Spiel doch so beherrscht. Also, komm, Leute. Habt ihr das nicht gesehen? Ich war doch durch. Das war jetzt schon zum zehnten Mal. Das war auch bei dem einen, bei einer Mission, wo ich, ähm, diese Teil durchfahren musste. Hier in dem, in dem Wald von, äh, Haven City. Da war ich eigentlich genau im Zeitlimit, aber nein. Nö, kein Bock. Man hat keinen Bock auf ich. Auf mich hat man sowieso keinen Bock. Ich weiß nicht. Was ist das für eine Scheiß-Angeborenheit hat? Dass jedes Mal, wenn ich so ein Teil durchfahre, aber dieses Auto so total rumrutscht. Wow. So. Ja. Und warum ist es jetzt auf einmal explodiert? Hä? Und ich bin, äh, ich bin, die Mission ist gescheitert? Ist natürlich auch so geil, ne? Leckt mich doch am Arsch, alle. Entschuldigung, aber das ist doch, das leckt mich auf. Das ist einfach eine Frechheit. Dem Spiel mir gegenüber. So, was sind wir jetzt? Oberste Etage. Herrenunterwäsche oder was? Oh, das sieht schon so nach Bosskampf aus. Nö. Naja, Tatsache. Mit meinen neuen Freunden werde ich diesen armseligen Planetler erobern. Du sprichst mit den dunklen Schöpfern. Ja, mein digitales Ich hat die gleiche Wellenlänge, wie diese armen gequälten Wesen. Sie ähneln uns, weißt du, Jack? Ja. Mir zumindest. Sie wollen nur ein Zuhause, irgendwo hingehören. Mit Zerstörung allen Helden, Egos! Zusammen werden wir diesen armseligen Planeten von seinem Elend erlösen. Sei dir dann nicht so sicher. Die dunklen Schöpfer sind alles andere als harmlos. Frag mal die Metallschädel. Mir liegt eine Macht zu Füßen, über die selbst die Precursor nicht Herr waren. Keine Angst. Du wirst nicht mehr erleben, was ich aus dieser Welt mache. Einen Felsen? Oder einen Schlacke-Pool? Oder einfach nicht! Welling ist vergessen! Die Wahl ist so schwer. Das werde ich nicht zulassen! Na geil, und wir gehen dann mit halber Munition durch rein. So, wir müssen jetzt überhaupt die Taktik aussch... Äh... Okay, jetzt kommen wir auf jeden Fall mehr Gegner. Ich bin der Überlebene! Okay. Aber das hat mit den Farben zu tun. Vielleicht müssen wir erstmal die Gegner platt machen. Also Schaden nimmt er nicht. Kann man wieder reingehen? Ne, also reingehen ist tabu. Was ist das für ein Scheiß, wie ich... Was ist das für ein Scheiß?